Wie sieht es aus mit dem Verdienst? Zum Beispiel im gehobenen Dienst, das ist ja ein duales Studium, bekommst du im Monat 1.550 Euro circa brutto. Und als Beamter gehen dir nicht allzu viele Steuern ab, also mehr als 1.400 Euro netto sind dir sicher. Ich bin raus. Ciao, macht's gut.